Warning, the following show features stunts performed either by professionals or under the supervision of professionals. Warning, the following show... Hallo, Ihr Chief Jack Chanonens, wir gehen das Longboard nach Stuttgart. Kommt mit, mit Daniel! Okay, ich muss mein Longboard noch aus dem Auto holen. Aus dem Auto holen mich. Oh no! Okay, jetzt wieder 30. Der Daniel holt gerade sein Longboard. Ihr müsst ihn folgen auf Instagram. DJ van Hoden. Ein fettes Globe. Habe ich ihm mal verkauft. Ein Globe-Pout. Also wir holen jetzt noch einen Kollegen ab, der geht dann auch Longboard fahren. Longboard-Machine. Das ist ein Kumpel von Hoden, Skateboard-Profi. Ey Skateboard-Profi, was geht? Was? Was geht? Hab die Longboards dabei? Ja, natürlich, ein paar Geigen, lass gleich los. Ja, klar. Er hat eine Hogwarts-College-Jacke an. Er ist mit dem Longboard nach... Er fliegt immer nach Hogwarts mit dem Longboard. Mit dem Longboard nach Harry Potter geflogen. Das ist das kleine mitnehmen. Ich hab kein großes... Alter, Penny... Penny-Fuchser-Board, alter. Penny-Boarden. Das ist kein großes, Mama. Das ist kein großes da. Das ist von mir daheim. Ach, du bist jetzt hier schon hingezogen. Zeig mal deine Ride-Machine. Eine Ride-Machine. Zeig mal deine Ride-Machine in die Kamera, alter. Also, das ist eine richtige Ride-Machine. Da steht sogar Ride drauf. Ne, da steht Ritsch. Ritke, Ritke. Always clean. Clean food, clean eating. Stay strong. Schau mal hier, die Rumänen. Schafft mal's für euer Geld! Skyno! Danke, Alter. Okay. Mann, voll geil, Mann. Der Reislauf ist okay. Karpf, Mann. Karpf sind immer gutes Training. Hab ich aufgenommen. Ja, Mann. Mechner sieht mir das nicht. Jetzt reißt's, gell? Ja. So Leute, bleibt dran. Jetzt geht's ab. Durch Stuttgart. Könnt ihr ein bisschen in Stuttgart schauen? Jo. Kurze Fahrt. Kann interessant sein. Guckt euch die Gebäude an. Guckt euch das Krankenhaus an. Guckt euch den Stuttgarter, den berühmten Stuttgarter Verkehr an. Ja. Die Stadt der Städte. Marienplatz könnt ihr sehen. Am Dinkelacker fährt nur vorbei. Das seht ihr wahrscheinlich nicht. Die Dinkelacker Brauerei war zu schnell. Die Dinkelacker ist voll der Kriminelle. Der fährt hier mit 300 durch Stadt. Ist angehalten. Jo, was geht? Alles gut? Die Leute denken auf, wir sind alle Kriminellen. Hier der Gavt hier. Echt geil. Ja. Jo. Richtig brutal. Richtig brutal. Richtig brutal. Was meinst du? Richtig brutal. Richtig brutal. Richtig brutal. Und wie immer die Drogen kontrollieren. Obwohl man nichts mit Drogen zu tun hat. Der Brit ist auch der Hammerharte. Da Polizei, Polizei, Auto und er parkt direkt im Halteverbot. Der kennt da nichts, man. Manche kennen einfach nichts. Aber geil. stehe ich voll drauf auf solche leute so wir sind in stuttgart die ex mit der polizei ist vor rüber die schwule longboard crew ist auch am stadtalder mit einem schwulen penny board verpiss dich hier! mann ey fährt hier ein schwules pennyboard rum der hochfahren ist nicht mehr so cool der schwuchtel hier ron ich komm damit jetzt weiter oder? wo kommen wir hin? mein klingt vergraben moment da haben wir die stücke der duch ist du bist hier im mediamarkt, du bist ja tun du bist nur runde königstrasche amt hier so ich bin noch mal ein was ist eine Ein DJ-Surround-Anlage. Das ist cool, das ist für die Kamera. Das ist für 7.000 Euro. 37 Euro. Nein, das ist für 7.000. Das ist für die Skaterboys. Das ist ein großer Fetter. So ein Kleider mit unserer Kamera und dann der Mittlerwitz. Das ist ein Mikrofon zum Rauslein. Fake Mikro. Wir gehen in Stuttgart. Skaper fahren. Das ist gar nicht gerade verloren. Meine Titten wackeln lassen. Sieht das gleich viel brutaler. Guck mal. Sie stabilisiert meine Titten. Werden Sie auch gefilmt. Seien Sie nur vorsichtig, wo Sie hinfilmen. Das ist richtig healthy Chinese Food. Also richtig healthy Gemüse und Fleisch. Und nicht so healthy. Und hier auch nicht so healthy. Alle Frühlingsräumen. Mega healthy. Mega healthy Frühlingsräumen. Das ist sehr zu selten Laden. Hotel Klo. Nee Hotel Klo. Okay. Aber ähnlich, oder? Hier aus Stuttgart. Vorne ist Königstraße. Es ist richtig exzellent hier. Super. Super. Super Stadt. Pierce Get hacen. ellos sindンド. Mit ihren Lebensräumen wiederum. Die sindarted. Untertitelung. BR 2018 Die neuen Philips-Lampen können auch auf Sprache. Lampe an. Lampe aus. Das für uns Ziviler war fantastisch. Das kommt. Das kommt der. Oh mein Gott. Das ist klar. Die neuen Philips-Lampen können auch auf Sprache. 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 Die neue Philips-Lampen können auch auf Sprache. Vielen Dank.